Wenn ich diese Panik gehabt habe, ich habe mir gefühlt, wie ich in Ohnmacht fallen würde. Und ich hatte ein tiefes Loch, da wurde mein Magen war nie. Und ich habe so viel Angst bekommen und dann auch bin ich paranoid geworden. Und dann erinnere ich mich denken, dass es gab Überwechungskameras und sie mir folgte. Und ich habe gedacht, dass diese Person das Filmeteil hier benutzen würde, um mehr zu angefangen. Ja, ich habe gesagt, Klassik. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann mich nicht mehr machen. Ich habe keine Ahnung mit Holly. She Holly, she probably needs to be some more than that. She's the bestest, she's the bestest. She's getting really good now. She all paralleled with lots of people. She's dealing with down here. Excuse me. How is work? What? I don't know where it happened about you. You're the worst thing you want to tell me about it. I'm doing that bad. I'm going to break some of that. 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 Hey. I'm going to give you a light. You do it. No, I'm doing that with that. No, 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 no. You do it. I'm going to lay a bit. How are you doing? I thought you were going to do anything. No, you do it. What are you doing? You do it. Okay, I'm doing it. Come on, tell me. I'm going to put your hand in here. Do it. Yeah. Yeah. Don't die out. No, it's not. Finally, I was doing it. You haven't done it like this before. Put item in here. Buy item on in today. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich weiß, was ich da zu tun, Wanda. Sie ist auf die Unterricht. Ich werde jetzt ein paar Sachen machen. Sie gehen zu Hause. Wenn ich nach Mama zu Hause bin, dann werden sie das. Ich werde 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 das. Ich habe immer gesagt, ich habe mich zu tun. Puh, ich bin ein bisschen zu tun. Ich habe ein bisschen zu tun. Ich habe das... Ich habe das... Ich habe das... Ich werde das... Was ist der Rest? Wann er die Rest? Was ist das? Maria Maria weiter okay Okay. Okay, put all this away. Here's the key to get down the seat. You okay? Mm-hmm. Are you? You want to take another? I'm not afraid. Huh? Huh? She says she was far back up in a few minutes. There would be people down there. She wanted to get the ball, do you know what I mean? No. Not right now, Salmon. That'll be all right. Okay, let's go. Ready, how are you? Grab the more magella. Where is she? Where is she? Take her high. We're standing around, right now. Behind Menopause, the police internal affairs unit. You're under arrest. Place the law. Place the law. Place the law. Alert on our cut. What do you like? Huh? Mr. Mayor, right here. What the fuck? What the fuck? Okay, Mr. Mayor, I'm going to let you put your hands on the wall. What is this? Please put your hands on the wall. When you calm down, what do you do? How does this set away? Okay. What do you want? What do you want? Huh? We got her. And it was two or three. And I couldn't be there anymore. I had to come and I had to feel scared. Also, ich habe meine Hausschuhe und meine Mantel angezogen. Und dann bin ich zur Tankstelle gegangen, weil ich Zigaretten und einen Kaffee kaufen wollte. Und, ähm, der Spaziergang ist, weiß nicht, ungefähr fünf Kilometer. Ich habe, ähm, eine ganze Stunde gebraucht, nur da zu laufen. Und ich habe da die Zigaretten-Schachtel gekauft in vielleicht Goetz und, und ja, auch der Kaffee, ähm, sie hätten da eine Kaffeemaschine gehabt, das einen Kaffee nach dem anderen machen könnte. Aber der Mann, da, ähm, hat mir nicht zugelassen, meine eigene Kaffee zu machen. Und es war einen sehr langen Spaziergang zurück. Denn die Tränen haben weiter auf mein Gesicht gefriert und, ähm, meine Füße haben sich wie Blei gefühlt, ganz schwer, ganz schwer. Und, ähm, ich wünsche immer, ähm, dass es gibt jemand mit mir, der könnte mich hochhalten, während ich laufe. Aber, ähm, das ist natürlich nicht möglich. Ähm, deshalb diese Nacht habe ich oft auf den, ähm, Gehweg gesetzt, weil ich, ähm, Hure gebraucht. Und einmal hat gesagt, es hat zehn Jahre gedauert. Und jetzt musst du denken, nicht, ob es geheilt sein könnte. Aber wie kannst du mit diesem Leiden leben? Und jetzt muss ich, ähm, Hure gebraucht sein könnte.